Musik Willkommen zum Duell zur Wahl von Jugend prägt, wo Jugendpolitiker über eure Themen diskutieren. Heute geht es um Gerechtigkeit. Das bedeutet für uns vor allem, wie die Menschen unterstützt werden sollen, damit sie ein gerechtes Leben führen können und insbesondere welche die Rolle der Staat dabei überhaupt spielt. Mit dabei sind Oleg Shevchenko, er ist Landtagskandidat und Landesvorsitzender der Jusos der SPD und Philipp Riegel, er ist der Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und kandidiert ebenfalls für den Landtag. Und Philipp, du machst den Anfang. Was schlägt die FDP zum Thema Gerechtigkeit zur Landtagswahl vor? Also für uns ist Gerechtigkeit ein Thema, was sich durch verschiedene Bereiche zieht. Wir haben auf dem einen Felder mit der Generationengerechtigkeit, das heißt, wie schaffen wir es generationengerecht zu haushalten, wie schaffen wir für unsere Kinder und Kindeskinder eine ordentliche Zukunft in Bezug auf den Klimaschutz. Das geht natürlich nicht nur mit Verboten, sondern auch mit Innovation und Technologie. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um Chancengleichheit. Die beginnt schon bei der Bildung. Wir wollen, dass jeder Schüler nach seinen individuellen Fertigkeiten gefördert wird und mit lebenslangem Lernen auch weiterhin darin aufgehen kann. Danke Philipp und Oleg, du bist dran. Unser Credo heißt für die vielen, nicht für die wenigen. Unter Gerechtigkeit verstehen wir natürlich, dass die starken Schultern auch mehr Lasten tragen müssen, während die schwachen Schultern unterstützt werden müssen, um das Gesamtgefüge zu stärken. Das bedeutet, dass wir uns dafür einsetzen, dass Umverteilung möglich wird. Durch ein gerechtes Steuersystem, durch ein durchlässiges Bildungssystem und durch das bessere Miteinander. Danke Oleg. Du hast gerade schon angesprochen, wichtig ist für euch die Umverteilung. Jetzt konkret zur Landtagswahl. Mit welchen Versprechen geht ihr in den Wahlkampf? Also natürlich ist Steuergerechtigkeit vor allem ein Bundesthema, keine Frage. Ich glaube, wir können da viel über Bundesratsinitiativen arbeiten. Wir haben als SPD im Bund ein Konzept der Vermögensteuer zum Beispiel vorgelegt. Das ist eine Ländersteuer, die dafür sorgen würde, dass wir mehr Geld in den Kassen des Landes haben, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen können, dass wir die Schulen auf Vordermann bringen können und dass wir jedem und jeder die Möglichkeit geben, gleichberechtigt an Bildung teilzuhaben. Wie steht ihr als FDP zum Thema Umverteilung? Ich nehme an, etwas kritischer. Etwas kritischer, ja. Wir sagen, was verteilt werden muss, muss auch erwirtschaftet werden. Und das machen vor allem nicht nur Unternehmen und Industrien, sondern auch Arbeitnehmer. Und die Mittelschichten unserer Gesellschaften, die müssen genauso gefordert werden. Genauso wie man natürlich im Bereich Bildung Geld in die Hand nehmen muss, kann man das auch ohne eine Vermögenssteuer tun. Ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn tatsächlich auch die Reichen mehr leisten können, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gerade die Verliererinnen und Verlierer des Systems. Insbesondere im Osten merken wir gerade, dass die Leute sich abbuckeln oder wenig Ausbildungsvergütung bekommen und dafür trotzdem die gleiche Leistung bringen, während die Leute zum Beispiel im Westen viel mehr Geld verdienen. Und ich glaube, das ist schon eine soziale Frage, wo auch die Thüringer Landesregierung in fünf Jahren was leisten muss. Schauen wir uns mal eines der konkreten Sachen an, wenn es um das Thema Umverteilung geht oder eine der Folgen, die aus dieser Idee entspringt. Das ist der Mindestlohn, wurde vor ein paar Jahren bundesweit eingeführt. Das könnte ja eigentlich doch zufrieden sein. Das ist eines der Kernversprechen. Abgehakt, oder? Wir haben jetzt das Peterias durchgesetzt. Das war nicht einfach. Über Jahre lang haben wir vor allem aus Thüringen heraus das gefordert. Das bedeutet aber nicht, dass Mindestlohn gute Arbeit bedeutet, sondern das ist das Mindeste, was ein Mensch bekommen sollte. Wir wollen deshalb schauen, dass wir die Gewerkschaften stärken, indem wir nur tarifgebundene Unternehmen Vergaben im öffentlichen Dienst ermöglichen. Das sorgt dafür, dass Gewerkschafter gemeinsam mit den Arbeitgebern verhandeln und gute Löhne ermöglichen, weil das ist gerade nicht der Fall in Thüringen. Wir haben ganz lange Jahre Billiglohnland gespielt. Und das ist eine verdammte Scheißpolitik. Und deshalb müssen wir darin alles setzen, es zu ändern. Und das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Aber es ist höchste Eisenbahn, etwas zu ändern. Auch hier muss man wieder die Unternehmen mit ins Spiel bringen. Mindestlohn hat sich die FDP auch dafür ausgesprochen. Wir wollen natürlich, dass dies aber mit einem Blick auf die Unternehmen und die Mittelständler auch ohne so viel Bürokratie, gerade bei der Dokumentation, geschieht. Von daher wünschen wir uns ein etwas größeres Vertrauen in die Unternehmen, stehen aber trotzdem natürlich dafür, dass Arbeit auch gerecht entlohnt wird. Etwas in die Richtung Mindestlohn geht. Auch die Mindestausbildungsvergütung, für die ihr euch hier einsetzt. Genau. Uns ist natürlich auch wichtig, dass junge Menschen gerade in den handwerklichen und in den beruflichen Ausbildungen stärker gefördert werden. Denn wir haben eine große Diskrepanz zwischen akademischer Ausbildung und beruflicher Ausbildung. Das merken wir an den Abschlusszahlen, jeweils Studienabschlüssen und Abschlüssen mit einer Berufsausbildung. Und da wollen wir ran und da wollen wir auch fördern. Eben auch im Interesse von Handwerk und Unternehmen. Als SPD? Als Jusos haben wir gemeinsam mit den Gewerkschaftsjugenden diese Forderungen entwickelt. Und wir sagen, das wird jetzt auch Schritt für Schritt im Bund umgesetzt, dass das an den Tarifverträgen gekoppelt werden muss. Damit wir dafür sorgen, dass gute Tarifverträge auch für junge Menschen ausgehandelt werden. Weil häufig sind genau junge Menschen, also Auszubildende, die nicht so viele Vorteile durch Tarifverhandlungen haben. Und wir im Osten merken ja, dass es in ganz vielen Branchen extrem niedrige Ausbildungsvergütungen gibt. Das ist also vor allem für die Ossis, nenne ich es mal so, ein total wichtiges Anliegen. Da setzen wir uns total stark dafür ein. Ein Thema, was ja schon seit langem diskutiert wird, was allerdings noch nie so wirklich in eine große, breite öffentliche Debatte geschafft hat, ist das Thema Grundeinkommen, insbesondere bedingungsloses Grundeinkommen. Ihr als SPD, klingt das gut für euch? Wir haben als Jusos ein anderes Konzept entwickelt, als Antwort auf das BGE. Wir sagen, wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Das bedeutet, dass jeder Mensch mindestens einen Betrag haben muss, damit er oder sie überleben kann. Aber wir sagen auch, dass reiche Leute, die es nicht brauchen, auch nicht bekommen müssen und auch nicht bekommen sollen. Und das würde das BGE schon machen. Es gibt ganz viele Beispiele aus verschiedensten Ländern, Finnland oder Schweiz. Aber wir glauben, wenn wir zumindest unseren Grundsicherungen das verändern, dass wir keine Sanktionen mehr abfordern von den Menschen, wenn sie etwas nicht tun, was in diesem Leistungsstart irgendwie erforderlich ist, dann ist das schon der richtige Weg. Es gibt auch einige Unternehmer, die sich tatsächlich für die erstmal recht linke Idee, die sich vielleicht links anhört, des bedingungslosen Grundeinkommens einsetzen. Wie steht ihr als FDP also dazu? Also wir wollen ein liberales Bürgergeld einführen, das natürlich leistungsabhängig ist und mit Offenlegung der jeweiligen steuerlichen Abgaben dann wenigstens eine Grundsicherung auch im Arbeitnehmertum sichert. Leistungsabhängig heißt je nach Einkommen? Ja, nach Qualifikationsfertigkeiten und nach jeweiligem beruflichen Stand. Also insgesamt doch noch eine Idee, die vieler Diskussionen bedarf. Was jetzt schon diskutiert wird, womit die SPD auch Wahlkampf gemacht hat, ist das Ende oder die Eindämmung der sogenannten sachgrundlosen Befristung. Sprich, dass Arbeitnehmern jederzeit gekündigt werden kann, ohne dass es einen spezifischen Grund unbedingt dazu geben muss. Das wurde noch nicht umgesetzt. Fordert ihr das weiterhin? Und gerade auch, wo man, das kommt dann wahrscheinlich von der FDP, oder von wirtschaftlicher Seite, dass er doch schon die wirtschaftliche Freiheit des Arbeitgebers einschränkt? Wir sind natürlich eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deshalb fordern wir das, was auch gut für Arbeitnehmerinnen ist. Und ich glaube auch am Ende gut für die gesamte Wirtschaft, wenn wir dafür sorgen, dass gute Arbeit herrscht. Und das ist aus junger Perspektive vor allem ein riesengroßes Problem, dass wir als junge Menschen ständig Befristungen bekommen. Das schafft keine Planungssicherheit für irgendwas. Du kannst keine Familie planen. Und ich glaube, das ist halt so längst überfällig. Das müssen wir letztendlich machen. Das ist mit der Union sehr, sehr schwer im Bund. Wir werden aber als Thüringer SPD definitiv mit Nachdruck das einfordern. Philipp, wie steht ihr zum... Wir sehen das etwas kritischer. Wir erleben eine Zeit, wo Menschen oft den Beruf wechseln, wo sie sich ausprobieren können. Gerade junge Menschen versuchen, verschiedene Jobs zu machen. Und dann ist es meistens so, dass wir viel mit Quereinsteigern arbeiten, die natürlich, wo manchmal die Probezeit einfach nicht ausreicht, um die jeweiligen Qualifikationen zu erlernen oder einfach die jeweiligen Fertigkeiten, sich da den Überblick zu verschaffen. Und deswegen finden wir trotzdem, dass es ein Eingriff in die Rechte des Unternehmers ist, das so abzuschaffen. Aber habt ihr alternative Ideen, wie Arbeitsplatzsicherheit und somit auch Sicherheit in der Lebensplanung gewährleistet werden kann? Ja, vor allem durch vielfältige Weiterbildungs- und Ausbildungsangebote und durch gute Bildung. Kannst du da Beispiele nennen, inwiefern ihr das fördern wollt? Wir wollen vor allem berufliche Bildung in der Schule fördern. Wir wollen Berufsorientierung in Schulen anbieten. Vernetzungstreffen zwischen Entscheidern in der Bildungspolitik, mit der Wirtschaft, mit Unternehmen fördern. So, dass wir da eine gute Berufsausbildung in der Schule haben, um einfach schon auch für das Handwerk viele attraktive Anreize zu schaffen. Kommen wir mal... Ja, ich sag mal so, der Fachkräftemangel sagt auch aus, wenn man schon im Marktlogik argumentieren soll, wie das DFTP macht, dann ist gerade die Macht eher auf der Arbeitnehmerseite. Weil sozusagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerade entscheiden, wo sie hingehen wollen. Und nur weil ich eine gute Berufsausbildung und Begleitung in der Schule habe, reicht das nicht aus, um eine Familienplanung hinzubekommen. Von daher finde ich es geradezu abwegig, zu sagen, dass man das gegeneinander ausspielen sollte. Das ist ja kein Gegeneinander ausspielen. Es ist einfach so, wie wir das als Qualifikationsmöglichkeit sehen. Und das spricht ja auch für die Attraktivität von Thüringen. Wenn man sagt, ich lasse mich hinüber und gründe eine Familie, dann ist das so völlig in Ordnung. Da gehen die Meinungen weit auseinander. Was, um mal zu den Fakten zu kommen, was ein anderes Thema angeht. Und zwar den sozialen Wohnungsbau, auch wieder soziale Absicherung. Die Zahl der Sozialwohnungen, schon allein in Thüringen, ist rückläufig, schon seit Jahren. Und insbesondere, weil ältere Sozialwohnungen mittlerweile ihre Beschränkungen auf Sozialbedürftige verlieren. Wie sind eure Ideen, was den sozialen Wohnungsbau angeht, um eben Leute, die sich mit den normalen hohen Mietpreisen nichts leisten können, gerade in den Städten, aber in Wohnungen zu bringen? Also unser Ansatz ist da Bauen, vor allem Bauen. Und da geht es darum, Anreize zu setzen, Flächen auszuweisen und die bürokratischen Verfahren da bei dem Bauen von neuen Wohnraum zu fördern. Und das sollen die Unternehmen machen, ohne staatliche Förderung, mit staatlicher Förderung? Das kann natürlich auch mit staatlicher Förderung finanzieren, aber das sollen auch Unternehmen und Investoren tun. Olek? Naja, das Problem ist ja bei der Sozialpreisbindung, das ist unheimlich unattraktiv für private Investoren, da was zu machen. Sie würden gerne Luxuswohnungen bauen. Ich komme selbst aus einer Platte, weiß ganz genau, wie das ist, wenn man am Ende des Monats gucken muss, ob man die Miete bezahlt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Moment, dass wir als Kommunen, also die Kommunen befähigen, mehr Wohnungsbau sich zu leisten, indem sie bauen und bauen, aber eben halt staatlich gefördert. Also, wir sagen ja, das verschiebt natürlich die Situation ein bisschen nach unten. Und wenn es dann wieder trifft, ist die Mittelschicht, die dann eben nicht von solchen Subventionen Gebrauch machen kann und dann noch höhere Mieten bezahlen muss. Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen zusammen mit eurem Ansatz, den du eingangs erwähnt hast, dass ihr Innovationen schaffen wollt, dass ihr die Wirtschaft insgesamt zu Investitionen anregen wollt. Wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen auf das Innovationsthema schauen, was sind eure Ideen, wie der Wirtschaftsmotor Thüringen befeuert werden kann? Also, die Innovationen beginnen ja auch nicht nur in unseren Unternehmen, die beginnen auch in den Hochschulen. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir unabhängige und autonome Hochschulen haben, die gute Forschung leisten in allen Bereichen. Und es ist wichtig, dass die Innovation, die dort entwickelt wird, auch in allen Bereichen dann ankommt. Und es ist natürlich wichtig, auch den ländlichen Raum an das Breitbandnetz und allgemein Unternehmen an das Breitbandnetz anzubauen. Dies kann man zum Beispiel tun, indem man Staat, Unternehmen, Bund und Land zusammenarbeitet und einen Digitalpakt zum Beispiel für den ländlichen Raum entwickelt, wo man dann gezielt auch Unternehmen ansiedeln kann. Und gerade für Startups möchten wir eine Startup-Kultur hier etablieren mit einem Bürokratie- und steuerfreien Jahr für junge Gründer. Oleg, du hast viel über Maßnahmen vom Staat gesprochen, auch Maßnahmen, die den Unternehmer in gewisser Weise einschränken oder wo ihr Sachen auch von den Unternehmern fordert. Was versprecht dir denn Leuten, die etwas gründen wollen oder auch schon Geschäftsführern, wie Innovation von deren Seite aus gefördert werden kann? Wir haben zum einen eine Sozialdemokratie-Geschaffte, das war eine User-Forderung lange, dass wir mehr Geld in die Hochschulen stecken. Jedes Jahr wird vier Prozent mehr dazu gegeben, das ist sehr gut. Wenn es um die Gründerinnen und Gründer geht, wir haben Beratungsstellen, die wir anbieten. Wir haben extra eingefordert, dass wir für Frauen stärkere Beratungsleistungen nochmal hinbringen, weil Wirtschaft ist halt gerade männlich und Frauen haben extrem Schwierigkeiten, da durchzukommen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und am Ende ist es so, dass wir, glaube ich, kein bürokratiefreies Jahr für Gründerinnen und Gründer brauchen, sondern wir brauchen einfach starke Universitäten, die Ausgründungen schaffen. Das ist in Jena und Ilmenau der Fall. Wir müssen aber weiter daran arbeiten, dass es besser wird. Und das sind, glaube ich, eher die Bedingungen, die ich da geben möchte. Und natürlich, dass Fachkräfte auch hier nach Thüringen kommen wollen. Das schaffen wir durch gute Angebote für Bildung, für Soziales. Aber ich möchte doch mal von der Seite schauen, was versprecht ihr Unternehmern, ihr wollt ja als Volkspartei die breite Gesellschaft ansprechen, was versprecht ihr Unternehmern, wenn sie euch eure Stimme geben? Warum sollten Unternehmer gerade auch für die SPD stimmen und nicht nur Arbeitnehmer? Die Unternehmer brauchen gute Fachkräfte. Und die kriegen sie dann, wenn sie wissen, also wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer potenziell wissen, wir kriegen hier einen guten Lohn, wenn hier in einer Welt leben, wo die AfD nicht so stark ist. Und ich glaube, das sind einige der großen Punkte, die wir auf jeden Fall angehen müssen. Und dann sind auch die Unternehmer, glaube ich, auch gut zu sprechen auf die SPD. Danke, Oleg. Philipp, ich will zum Abschluss noch, wir reden ja über Gerechtigkeit, noch Gerechtigkeit in einem anderen Feld, kurz ansprechen. Ich höre dann auch gleich nochmal Oleg ganz kurz dazu. Es gibt ja die Idee einer paritätischen Besetzung von Landtagslisten, sprich, dass Frauen und Männer einen gleichberechtigten Anteil an den Landeslisten in der Politik haben. Die SPD unterstützt diesen Vorschlag. Wie steht ihr zum Paritätsgesetz? Was ist eure Meinung dazu? Also wir lehnen so ein Gesetz ab. Wir haben bei uns in der Partei auch viele super Frauen. Und wir haben auch Frauen, die einfach durch ihre Leistung nicht daran gehindert wurden, auf vordere Listenplätze in Positionen wie Kreisvorsitzenden oder Landesvorstand zu kommen. Wir haben einen fast paritätisch besetzten Landesvorstand. Von daher ohne irgendwelche Regelungen. Und ich denke, die Regelungen sind da einfach falsch, weil man sollte durch Leistung und Eigenverantwortung dahin kommen, wo man wird. Und es ist noch nicht so, wie in manchen Führungsebenen bei Parteien, dass das systematisch Frauen benachteiligt werden. Zumindest ist es in unserer Partei nicht so. Dann möchte ich jetzt noch kurz, Oleg, ein, zwei Sätze dazu, warum aus eurer Sicht es dieser paritätischen Regelung, also dieser Regelung per Zwang, letztendlich bedarf. Also ich wage zu bezweifeln, auf die FDP wirklich nicht Frauen sozusagen, also Sachen macht, die gegen Frauen gehen, weil sonst wäre die Bundestagsfraktion der FDP auch ein bisschen weiblicher. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass Geschlecht nicht mehr ein Problem darstellt. Und das ist bis jetzt immer noch der Fall. Aber das stellt ja trotzdem ein Problem dar. Es geht ja nur ums Geschlecht. Es geht ja um die paritätischen Besetzungen. Also geht es ja wieder ums Geschlecht. Als Mann kann man das ja schon sagen. Es geht ja dann schon keine Rolle. Gut, wir sind am Ende unserer Zeit. Das Thema könnte zum Beispiel eins sein, was in den nächsten vier Jahren dann noch weiter diskutiert wird, beziehungsweise in Thüringen wurde es ja auch schon in der vergangenen Legislaturperiode diskutiert. Davon abgesehen, schauen wir uns jetzt mal an, was die anderen Parteien noch zu den sozialen Themen unter der Überschrift Gerechtigkeit gesagt haben. Für uns als CDU ist wichtig, dass Thüringen ein gerechtes Bundesland ist. Dazu gehört zum einen, dass wir generationengerechte Politik machen. Das heißt, neue Schulden begrenzen, damit auch in Zukunft die junge Generation Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und dann geht es aber auch um Themen wie beispielsweise Wohnungsbau. Es kann nicht sein, dass sich niemand mehr in unseren größeren Städten Wohnungen leisten kann. Und deswegen muss auch der soziale Wohnungsbau gestärkt werden. Da hat Thüringen großen Nachholbedarf. Und es geht darum, dass man als Auszubildender eine ordentliche Vergütung bekommt. Und deswegen setzen wir uns auch für eine Mindestauszubildendenvergütung ein. Für mich ist wichtig, dass ein Mensch nicht daran beurteilt wird, wo er herkommt, welches Geschlecht er hat, welche Hautfarbe er hat oder wie viel Geld oder wie viel Einkommen er hat. Sondern tatsächlich, wie der Mensch selber ist und was sich hinter ihm verbirgt. Und für mich ist wichtig, dass man daraus auch Politik ableitet. Und das heißt zum Beispiel, dass Menschen, die aus einkommensschwächeren Familien kommen, halt deswegen nicht eine schlechtere Bildung bekommen sollten. Dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, deswegen weniger Geld am Arbeitsmarkt bekommen. Oder dass zum Beispiel Migrantinnen, weil sie Migrantinnen sind, öfter von der Polizei kontrolliert werden, am Wohnungsmarkt benachteiligt werden oder sonst wie diskriminiert werden. Ungerecht ist, dass Menschen an vielen Stellen in unserer Gesellschaft immer noch nicht die gleichen Chancen haben. Kinder von armen Familien machen zum Beispiel seltener Abitur, Frauen erhalten weniger Lohn und haben im Berufsleben immer noch schlechtere Aufstiegschancen. Als Grüne wollen wir das ändern. Mit guter Bildung für alle, mit einem Ausbau der Tarifverträge, damit alle Menschen gute Arbeit finden. Und mit verpflichtenden Quotenregelungen, dort, wo sich patriarchale Machtstrukturen nicht anders aufbrechen lassen, wie zum Beispiel in der Politik. Dann danke Oleg und Philipp, dass ihr mitgemacht habt, mitdiskutiert habt. Und ihr dürft auch nicht unsere anderen Videos zur Landtagswahl in Thüringen verpassen, wo wir die Themen diskutieren, die die junge Generation bei der Wahl bewegen. Und nicht vergessen, am 27. Oktober, wenn ihr 18 seid, gebt eure Stimme ab, für die, die euch am meisten überzeugt haben. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.